Deutschland ist ja auch direkt bei Basel so dran und ist aber schon anders. Also ich finde andere Mentalität, anderer Humor, viel schneller. Also ich finde, ich fand am Anfang hier alle Leute total eloquent und schnell und kam mir immer so vor, als wäre ich so langsam einfach. Und das vermisse ich schon. Also manchmal so ein Heimatgefühl, was ich hier auch habe, aber anders. Ich komme aus einer Familie, wir haben total viel Musik gemacht immer früher, weil wir auch eine große Familie sind und irgendwie so viel gesungen haben. Aber, und ich mache das eigentlich auch total gern, ist wichtig, aber irgendwie ist es so, habe ich noch nicht die Leute gefunden, wo man jetzt sagen würde, okay, man macht jetzt Musik. Ich würde jetzt nicht irgendwo alleine singen unbedingt wollen oder so. Chor habe ich früher viel gesungen. Ich habe Papa die Hose voll gekotst, er ist total ungebrüllt. Ja. Mama. Das ist happy, das ist happy. Das habe ich gestern in der Sauna gemacht. Du weißt wirklich nicht wann das Foto gemacht worden ist, oder? Wieso? Auf deiner Konfirmation. Ich werde nur zwei Wochen bevor ihr aufkommen seid. Du weißt immer alles kapot. Du weißt, Chakka. Of de EO. Nee, ich mache nichts gegen Chakka. Du weißt Chakka? Nee. Ich mache nichts gegen Chakka. Das bepaal ich selbst natürlich. Chakka! 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 Hey Wiel! Chakka! Ach is ja geil. Chakka! Jet ee his in my life right and what you want chakka. Chakka! 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 Untertitelung des ZDF, 2020